Guten Tag miteinander, wir sind jetzt gerade in Schan und schauen mal wo der Supercharger da ist, das soll jetzt auch einen haben. Da war ich noch nie. Der ist ja im Fürstentum Liechtenstein. Und so wie es so aussieht, ist der da mitten im Dorf. Wunderschöner Sonntag heute. Der Akku ist eigentlich auch noch mehr als halb voll. Aber weil es so schön ist am Supercharger zu laden und so schnell geht und ich da noch nie war, habe ich gedacht, das probieren wir doch, dass es schnell aus geht. So wie es aussieht, 10 von 10 verfügbar, also alles frei, max 125 kW. Gut, dann müssten wir jetzt hier vorne abbiegen, so wie es aussieht. Dann ist der da mitten auf der Baustelle, oder was? Da vorne sieht es nach Supercharger aus. Gerade neben dem Blumenlader. Alles leer. Also Leute, Elektroautos kaufen, vor allem Tesla. Da könnt ihr laden ohne Ende, da ist alles leer. Nicht wie bei der Tankstelle. Alles leer. Und wie einfach es ist. Anhalten. Stöpsel aus der Station auf den Knopf drücken. Klappe geht auf. Stecker rein. Fängt an blinken blau. Wenn es grün ist, fängt er an laden. Blink blink blink. Es ist grün. Es muss laden. Es laden. Es laden. Aber wir sind dann schon fast voll wieder. 60 kW bringt er da noch runter. Okay. Ja gut. Sonst hat es hier nicht viel. Jetzt kommt gleich noch mal einer. Schon ein leichter Stein. Coole Sache. Warten wir noch 15 Min. Und dann fahren wir weiter. So, wir haben jetzt hier 10 Min. geladen. Viertelstunde. Wir sind wieder bei 85%. 13 kWh geladen. Und 4.34 kr. würde uns das kosten. Ja. Das wäre es eigentlich gewesen. Supercharger in Schoan. Liechten Stein. Sehr schön da. Alles leer. Tipptoppi Sache. Peace. Und ganz einen schönen Sonntag. Bな Hal.